... und fragt an, ob er sich... Oh, Weber steigt auf! Riesenunfall gegen... Ach, gegen einen Lotus! So ist es, da war plötzlich ein Frontflügel! Anzato wohl abgefahren. Ja, steht zu vermuten in der Schikane, da war plötzlich ein Riesenabstand, ein Crash, beziehungsweise ein Auffahren von Michael Schumacher. Das ist die Gefahr im Mittelfeld und da sehen wir sie. Bei der Gelegenheit wird getankt beim... ... jetzt muss er zum Beispiel anstehen. Und Schumacher schmeißt das Auto weg! Das gibt's ja nicht! Schumacher ist draußen, Marc! In der dreckigen Schikane, wie schon zwei vor ihm. Eine weitere Runde. Na, was für ein Chaos! Jetzt wieder, Achtung, außen! Wer bleibt länger auf dem Gart? Mein lieber Mann! Schumacher arbeitet vorbei! Vorne ist der so ziel entwischt. Achtung, Schumacher steigt auf! Unfall! Der ist der Pelle ist hinten drauf geknallt! Aber er ist okay, er nimmt schon das Lenkrad ab. Das Rennen ist beendet. Könnte trotzdem Safety Car geben. Ja! Ja, bitte! Da liegt ja der halbe Mercedes! Achtung, was ist das denn? Ein Verrückter wieder! Das erinnert uns an Hockenheim, der steht mit Fahrbahn bei 300! Der ist lebensgefährlich wahnsinnig! Da muss man jetzt sofort was unternehmen! Da kommen die Piloten mit 300 angefahren! Ja, der muss Safety Car haben! Ja, natürlich! Aber den müssen Sie ja auch sehen! Jetzt geht der noch mehr auf die Ideallinie! Verstappen erkennt ihn auch noch! Ist das der Wahnsinn! Montoya, Coltaz, Trolli, Ralf Schumacher! Achtung, Montoya greift an! Och, das gibt's ja nichts! Unglaublich Berührung! Montoya und jetzt kommt der Coltaz! Das ist kaputt! Philippe Maser, denke ich, im Bild gewesen und der war böse! Der war böse, ist das Räikkönen gewesen! Muss eigentlich so sein, weil wir ja Maser ein Bild hatten! 1-5, Trolli und Ralf Schumacher fahren 33, 6 und Fall! Villeneuve! Auf Ralf Schumacher ist er aufgeknallt! Hoffentlich hat der sich nicht überschlagen! Ralf Schumacher scheint okay zu sein! Ja, er steigt aus! Aber wo ist Villeneuve? Er ist aufgestiegen und das ist das Schlimmste, was passieren kann! Hier kommt's! Wo ist Villeneuve? Er ist im Windschatten, lässt sich ansaugen und... Um Gottes Willen! Um Gottes Willen ist das ein Horrorunfall! Fliegt auf die Mauer, kommt wieder zurück auf die Strecke und jetzt... Und Eddie Irvine... Michael Schumacher ohne Rats! Sie haben kollidiert, die beiden! Michael Schumacher ohne... Das gibt's ja nicht, die beiden sind kollidiert! Hier kommt's! Ralf muss sich wehren da im Hintergrund! Juan Pablo Montoya überrascht! Schumacher Unfall! Ralf Schumacher und Barrichello! Barrichello ist aufgefahren! Barrichello hat Ralf Schumacher von hinten gerafft! Die Jordan-Mannschaft steht, aber Fisichella ist geblieben! Oh nein! Fehler! Unfall! Alonso, der ist im Dreck abgeflogen! Frenzen fährt durch die Reifen! Chaos! Chaos! Villeneuve sucht sich den Weg! Abbruch! Abbruch! Zwei schwere Unfälle! Abbruch! Nach fünfter Safety-Car-Phase in Brasilien! Fisichella wäre Sieger oder würde zur Runde vorher abgebrochen? Genau, die Runde vorher zählt! Somit hat Fisichella gewonnen, wenn das Rennen... Oh! Mein Gott! Und schlägt! Oh, der hat brutal eingeschlagen! Mein Gott! Das war viel schlimmer als das von Beckham! Ja, die Pendelbewegung von Alonso ist... Das Böse! Der ist hier stumpf auf die Leitplanke drauf! Dieser hohen Kran-Kamera werden wir in den Start zeigen! Die Ampel sehen Sie mittig eingeblendet! Und Brasilien 2001, Sao Paulo ist... Nein! Herr Kinn! Herr Kinn steht! Und es gibt Handzeichen, nervös, hat natürlich Angst, dass man ihn hinten rein... Ja, aber ich denke trotzdem, Farighello ist so weit weg jetzt... Ich seh viel Rauch! Ich seh viel Rauch! Ich seh zu viel Rauch bei Coltart aus! Das gibt's nicht! Totalausfall bei... Mercedes... Und McLaren verabschieden sich, fahren heraus, beschleunigen... Wieder Michael Schumacher, auch hier, nach dem Boxenstopp... Und sehen Sie mal sein Gesicht! Sehen Sie mal sein Gesicht! Er kann's nicht verstecken! Ja, war es ein Motorrad... Botti Irvine, den kann er nicht halten! Aaaaaah! Böser Unfall! Ganz böser Unfall, das könnte einen Abbruch geben! Ist das Blanchiment? Das Blanchiment, äh, ja, das Blanchiment. Den ersten Teil von Blanchiment, vor Blanchiment ist das... Er steigt aus! Er steigt aus! Nein, halt, das ist Irvine! Das ist Irvine! Wo ist Botti? Schumacher! Schumacher überschlägt sich! Und zwar gleich mehrmals! Und das ist diese Kritik mit dem Kiesbett, die er schon oft angebracht hat, dass die Autos sich aufschaukeln können. Er ist okay! Schrecksekunde in Melbourne im ersten freien Training! Das haben wir jetzt nun wirklich nicht gebraucht!